Yo Leute, ich begrüße euch zurück zu Family Guy und wir reden mal mit der Nervensegel aus Koh-Hawk. Jetzt brauchen wir ein paar Frauen, um zu dieser Party zu kommen. Oh, ich habe eine kräftige Idee. Hör, ich brauche Sie, ein paar Jackets aus der Schockbräcke zu holen. Bring sie zurück hier und ich erzähle Ihnen, was zu tun. Ja, mit der Kohle. Bitte. Ach, was? Golfschläger, okay. Abflug. Mac, was ist los mit dir? Oh, es gibt keine Party. Du bist einfach verrückt und erinnerst alles. Kommt, ihr Leute. Ich schaue die Ordnung an. Okay, okay, ich habe es. Ich habe es. Hey, ich bin schlafen, Leute. Dörter Brat. Ach, guck mal an. Dahinter ist Geld. Das nehmen wir natürlich auch mit. Abflug. Danke sehr. Haben wir noch mehr hier? Was ich vielleicht jetzt gerade übersehen habe. Irgendwie vielleicht noch ein Bild. Hier ist noch irgendwas. Da sind Granaten. Kann man das kaputt machen? Nein. Hätte ja sein können, dass dahinter vielleicht ein geheimes Versteck ist oder so. Aber ich weiß gar nicht, ob man so weit denken soll bei dem Spiel. Hier liegen doch ein paar Schlafende. Headshot, Headshot. Oh Gott. Okay. Warum ist der jetzt nicht direkt gestorben? Geh weg. Geh weg. Oh Gott. Drei. Drei Stück sei da. Okay. Hier habt ihr. Und tschüss. Wat? Einen hat es erwischt. Gerade so. Der hier wirft mit Bons. Ah, hier ist eine Jacke. Okay. Ja, damit... Also, ich merke jetzt schon, dass die Sprüche sich beim Einsammeln ziemlich wiederholen. Wir hatten doch genau hier. So. Ging das? So ging das? Ekelhaft. Aber das ist gut, um die Gegner einen Moment von sich wegzuhalten. Meine Jacke. Ja, College! Hier ist doch bestimmt was zum kaputt machen. Nö, oder auch nicht. Granaten mitnehmen. Kein Bild. Doch, da ist ein Bild. Okay. Muni darf natürlich auch nicht fehlen. Ich hätte schon gerne alle 15 Bilder. Ist hier vielleicht noch was. Was ist mit dir los? Die spawnen also welche? Oh Gott, jetzt sind hier komplett neu gespawnt. Kommt ruhig alle mal zusammen. Ey, du Made. Und... Ach, wieder nur einer. Shit. Jetzt habe ich selbst wahrscheinlich mehr Schaden bekommen, als die. Ey, das ist ja auch zum Kotzen. Headshot. Das war doch auch im Kopf. Warum kommen denn jetzt hier so viele... Ah, ich muss... Ach so. Die sind gespawnt, bis wieder einer mit einer Sportjacke rauskommt. Geh weg. Geh weg, geh weg. Komm. Kriegste... Auf die Batschen hier. Geh weg, du stinkst. Aber gibt's denn hier nirgends... Nirgends noch ein Bild? Da oben liegt wieder einer. Da ist nix. Ich guck mich mal hier um. Na, geh ums Eck. Hier waren wir ja auch schon. Hier vorne ist ja der Kasper, mit dem wir jetzt reden müssen. Waren das schon jetzt die Bilder? Wahrscheinlich. Brian, sagt er immer. Ich bin aber Stewie. Great. Du hast die Jackets. Jetzt hör'n, Brian. Hier ist ein Molotov-Cocktail. Du musst diese Jackets planten bei der Serraris-Float. Dann setz' die Float auf Feuer. Die Mädchen denken, die andere Frat hat es gemacht. Und dann kommen sie zu unserer Party. Ich würde das machen, aber ich fühle... Ich fühle mich... Ich fühle mich hier. Komm zurück hier, wenn du fertig bist. Aber geh' deinen Zeit. Geh' deinen Lappen. Okay, wir haben unsere Wurfwaffe als Brian bekommen. Dann rennen wir mal zum Ziel. Na, schneller. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ach, hier sind wieder Weiber. Ah, das ist Lois! Ich kann nicht mehr Kinder haben, also fülle mich auf, Freunde! Oh mein Gott. Willst du dich noch mal ein Sekund? Hahaha! Wenn du in deinen Tränen tritt, tritt du echt. Oh mein Gott! Ey, Peter ist so behindert. Hab' dich noch ein D-Section-Scar? Aber hier müssen da noch Bilder sein. Es sind bestimmt hier irgendwo noch Bilder versteckt, oder? Weil die glauben, man würde da nicht nochmal zurückgehen. Oder? Ne, da hinten war ich ja schon. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Da muss ich jetzt einfach nochmal gucken. Brian, use your Molotov Cocktail to destroy the float. Ach, hier ist zu. Scheiße. Hätten wir bestimmt vorher machen müssen. Ob das was bringt, wenn wir die Ballons kaputt machen? Ich glaube zwar eher nicht, aber... Haben ja eh genug Munition, von daher... Ey! Geht kaputt hier. Okay, die werfen wir wahrscheinlich genauso wie... Die werfen ihr werdet dann wohl wahrscheinlich genauso wie Granaten. Hier ist der Paradewagen. Ja, und jetzt? Bye-bye. Bye-bye, sagt er. Hä? Das bringt doch gar nichts. Neue Granaten. Was soll ich jetzt machen? Ah, ich soll das Ding hier... Hä? Piss dich. Was ist denn los mit dir? Oh mein Gott, das ist... ...hilarisch. Findest du? Brennt alle ab. Was ist denn mit der los? Die waren nicht mal im Feuer. Blatt ruhig mal nach, Brian. Bye-bye. Oh, geht down. Nein, nicht ich. Shit, shit. Wie geil ist das denn? Wir sind da noch verwundet. Wartet mal. Äh, hier kommt... Kotz mal eine Runde. Hier ist Muni. Shit, 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 shit. Und jetzt hat mir das gar nichts gebracht. What? Aha! Wie geil ist das denn? Hat jetzt nicht so viel gebracht, muss man sagen. So ist das Ding hier abwackeln? Ich glaube nicht. Alter, komm mal alle mit ihrem... Doch, Ziel abgeschlossen. Ach so, die Jacken waren Beweisstück. Ja, manchmal sollte man durchlesen, wenn man eine Mission aufgetragen bekommt. Ich weiß, ich weiß. Gehen mal weiter. Oh, guck mal an. Ah, jetzt können wir auch wieder auf das Partygelände. Perfekt, dann können wir uns hier auch nochmal umgucken. Ob hier vielleicht was ist, aber... Irgendwie ist hier ja nichts. Irgendwie ist hier ja nichts. Wo ist mein Pferd? Hallo. Echt voll die Schweine. Machen einfach den Paradewagen kaputt. What the fuck? Ich gehe einfach aus dem Spiel. Okay, fang dich mal wieder Spiel. Ich weiß auch nicht, was gerade passiert ist. Hier ist nix mehr. Doch, da sind noch Ballons. Okay. Wer ist hier aber nicht? Renn. Renn. Genau, wahrscheinlich. Reden wir mal. Ja, hier. Was ist los? Stich das Fass auf. Der Nerdparty an. Okay. Party. Gut, die Mädchen und Bier bekommen. Aber wir können nicht die Musik hören, sogar mit unseren Hörerwärten, umgekehrt. Das Haus, das in der Kultusak, hat einige Sprecher. Geh, sie holen. Aber nicht sagen meine Namen, wenn du getroffen hast. Ja, wahrscheinlich, weil du ja auch gar nicht dazu anstiftest, diese ganze Scheiße hier zu veranstalten. Wohin müssen wir jetzt da vorne hin, okay? Die machen wir kalt da drüben. Machen wir ja eh schon die ganze Zeit. Genau genommen töten wir die ganze Zeit schon. Ich meine, wir verbrennen einfach so ein paar junge Mädchen. Richtige Assis eigentlich. Hallo. Molly, für dich. Ich kann ja nicht hier ins Haus. Ah, jetzt kommt... Hier war noch ein Bild. Ah! Hier ist was kaputt. Dann holen wir uns mal die ganzen Typen hier. Alle ran. Hallo, Leute. Kommt ruhig alle her. Ich werde euch alle... Da war noch ein Bild. Ich werde euch jetzt alle... schön verbrennen. Bam! Lauf da ruhig durch. Dann kriegt er noch hier. Granäge. Weg, shit. Trink was. Okay, der ist down. Die sind auch alle weg. Weg, 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 weg. Ach, hier waren auch Explosivdinger. Oh, shit. Manchmal muss man echt besser aufpassen. Was ist denn mit dem da? Ach, nö, nicht noch mehr. Wie soll ich denn das Ding hier kaputt machen? Oh, Stewie ist down. Du bist tot. Minus 415. Ist doch scheiße. Gib mir Brian. Wie, die kommen dann... Aus der Entfernung... wissen die auf einmal, wo ich bin. Wahrscheinlich. Ach, guck mal an da oben. Ha, Headshot. Hat ihn doch noch erwischt. Hallo. Wie soll ich denn das hier kaputt machen? Ach, so, wieder mit R. Natürlich, wir sind ja auch der Retter in Not, wie es scheint. Gehen erst mal hier das Bild holen. Jetzt haben wir 12 von 15. Jetzt wäre es echt ärgerlich, wenn wir nicht alle Bilder zusammen kriegen. Das ist großartig. Aber wahrscheinlich kriegen wir nicht alle Bilder zusammen, weil ich wahrscheinlich wieder alles übersehe. Nehmen wir mal Granaten mit. So. Renn, Junge. Ihh, jetzt sehe ich das erst. Der kriegt das ja die ganze Zeit in den Mund von dem. Und bei dem kommt es aus dem Auge. Das ist ja auch richtig eklig. Die müssen wir töten. Na ja, ah, Endboss. Mäßig, okay. Hä, wir schießen jetzt von hinten noch auf uns. Da im Haus ist einer. Der wirft mit diesen Brechmittel, oder was? Ne, mit Mülltonnen. Haben wir... Ah, okay, ich wollte doch sagen, wir hatten nur noch... Shit, Mann. Äh, das hier wollte ich haben. Ich will auf jeden Fall diesen Kampf jetzt noch fertig kriegen. Der ist ja jetzt auch gar nicht so schwer. Okay, da haben wir zwei ausgescheutet. Oh shit, oh shit, oh shit. Die kommen einem manchmal aber auch gefährlich nah. Hier filmen wir uns mal eben mit auf. Haben wir den schon? Über die Hälfte abgezogen. Und tschüss. Kriegst du zweimal schön die Windel. Was hat er denn? Ramborg, oder was? Ich finde cool, dass die, wenn die so viel Leben verloren haben, dann auch irgendwie so kaputte Klamotten haben. Okay, der ist down. Komm her, ich hau die ins Gesicht. Granaten aufheben. Und dann klären wir das jetzt noch kurz auf. Oder fertig, ab. Und, ähm... Das ist wieder eine Gummipuppe. Okay. Party! Okay, jetzt geht's ab hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir kommen zu dem später. Wir müssen gehen, Bri. Bertram hat uns bereits einen hohen Start auf uns. Okay, jetzt, wie genau funktioniert die Party? Wir nehmen wir einfach Alka-Seltzer und Bertram in unsere Füste? Und waren gerade mal 37. Sag mal, alle... Ja, haben wir leider nicht. Egal, ich würde sagen, ich mache erstmal einen Schnitt. Meld mich gleich zurück.